Hi, jeder Podcaster von euch dürfte das kennen, man hat einen Gesprächspartner, einen wirklich tollen Gast, der einen Impuls nach dem anderen raushaut, aber leider schwankt manchmal die Tonqualität oder sein Mikrofon ist leiser als eures, vielleicht ist manchmal auch die Leitung nicht so gut und ihr müsst diese Tonqualität einfach nachbessern oder ihr seid unterwegs in einem Café, in einer Hotellobby oder auf einer Messe und euer Interviewgast, ja, wird eigentlich gestört von unheimlich lauten Hintergrundgeräuschen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man die Ton filtern kann mit recht professionellen Programmen, aber eben auch Programme oder Key-Eye-Tools, die das per Mausklick erledigen und eines davon, ein relativ neues, stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Und zwar könnt ihr dafür Podcast Adobe nutzen, also eine künstliche Intelligenz bereitgestellt von Adobe. Dazu einfach euer Tonspur, eure Sprachdatei in das Feld ziehen lassen und einfach zuschauen, wie die künstliche Intelligenz nun mit der Optimierung eurer Sprachdatei beginnt. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, Adobe zeigt ihr an, so bis zu 10 Minuten, in der Regel dauert es nicht so lange, aber hängt natürlich auch davon ab, wie groß die Datei ist. Ja, wenn sie fertig ist, dann habt ihr die Möglichkeit, euch sie einfach anzuhören, sagen, hm, wie ist die Qualität geworden und natürlich einfach down zu loaden. Und ja, das war es dann auch schon und schon könnt ihr diese Tonspur dann für euren Podcast oder als Tonspur für eure Video benutzen. Probiert es aus und ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein von der Optimierung der Qualität. Ja, ich hoffe, es ist eine Hilfestellung für den einen oder anderen von euch, den Ton des Podcasts oder eurer Videos zu verbessern. Sagt mal einfach Bescheid, ob es funktioniert oder lasst mich wissen, welchen Tooltipp ihr für mich habt, um letztendlich Video- und Tonaufnahmen zu verbessern. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns hier im Feed.